Hey, hier bin ich wieder, der Homie, mit GTA 3. Was machen wir heute? Nix. Nix, nix. Äh, doch, wir machen was. Und zwar was ganz Besonderes. Wir fahren zur Asuka. Asuka Kamasutra. Ne, nix Kamasutra. Die ist so was von Frigide, die alte Japaner. Ne, was ist das eigentlich für eine? Chinesisch? Ne, Yakuza. Was ist Yakuza? Chinesen Mafia, oder? Ne, Triaden sind das. Ey, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hab keine Ahnung. Warte mal, Tokio Drift war... Ich hab keine Ahnung, waren das jetzt die Triaden oder Yakuza? Ich glaub, Triaden. Also sind die Triaden Japaner... Mann, ich laber so viel Dreck hier jetzt zwischen Sequenzmahn. Bam! Der Paparazzo. Yeah. Jetzt schreib die auch noch nur einen Brief. Das gibt's auch nicht. Ich hab' eine kleine Freude zusammengebracht, bis du diesen perverteren Voyeur'n kannst. Er ist wahrscheinlich draußen in der Bay, als du das liegst. Es ist immer noch ein Polisboot und sinken seine Karriere. Das war echt lang. Okay. Was ist mit dem? Wir sollen ihn sinken. Also versenken. Versenken. Spring auf ein Boot und drücke die Return oder F-Taste, um hinein zu gelangen. Was für ein Boot nehm' ich? Große Auswahl, ne? Ah, ich glaub' ich nehm' das. So. Jippie. Komm... Ne, ich muss... Ah, Mann, ich muss ein Despot hier. Oh, please. Police. Wie komm' ich hier raus? Ah! Okay, hier. Zack. Ey, das war cool. Habt ihr das gesehen? Das war richtig cool. Ich bin voll der Cheater und Beamer und was weiß ich nicht noch, alles. Tuch, tuch, tuch. Tuch, tuch, tuch. Ey, du Sack. Ich mach' die Splatt. Yeah, bam, 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 bam. Alter, der... Ich treff' den ja gar nicht. Doch. Ein bisschen was geht, oder? Willkommen in Portland. Mann, ey. Scheiß-Lahme-Sequenz. So. Alla, geh zu den Fischen, Mann. Stinkst eh wie ein Fisch, du Schwanz. Ja, wie lang dauert das jetzt noch? Ey, ich hab' keine Zeit mehr, Mann. Ah, da... Ey. Das dauert mir viel zu lang. Ich brech' die Mission ab und fang' neu an. Ey, Quatsch. Yeah. Ja. Ja, 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 ja. Mission erfüllt, Mission erfüllt, Mission erfüllt. Ja, das habt ihr jetzt davon. Wenn ihr euch mit so'n stumm Kerl anlegt, Mann. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Wing, wing, wing. Ähm, ja. Wo schwimmen wir hin? Hierauf, oder? Hierauf. Geht das? Geht das? Geht das? Yeah. Yeah. Flying Dutchman. Oh! Ey. Wir haben gut gepackt, ne? So, wirklich nicht so viel. Die Stühle nie nur die Rapper. Die ganze Zeit immer so Warum schießen die schon wieder auf mich? Ich bin in nem Taxi, die können gar nicht wissen, dass ich das bin. Das gibt's doch nicht. Was geht denn hier ab? Okay, ich muss noch kurz zur Ammonation. Und dann war's das für das Video. Ammonation ist meine Lieblingsboutique. Ja, Boutique, ihr habt richtig gehört. Boutique, Boutique. So. Hier gibt es so stylische kugelsichere Westen. So. 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 Sind wir wieder ausgerüstet für die nächste Mission dann. Warum fährt hier so viel Armee rum? Wow, voll geschnitten, man. Wie in Tokio Drift. Wow, geil. Yeah, von der Drifter. Yeah. Nee. Oh, das war schlecht. Okay, jetzt noch mal, jetzt noch mal. Yeah. Oh. Oh. Entschuldigung. Ich bin bestoffen. Nee, Quatsch. Aber der ist zwei Flaschen Uso getrunken. Oh, haha, haha. Okay, ich lüge mich grad an. Es tut mir leid. Es waren drei Flaschen. Haha. Ja, haha. Also, dann bis zum nächsten Video. Wenn wir das, wie im Grunde genommen haben. Wir kommen jetzt mal wieder los. Vielen Dank.